Herzlich Willkommen zu einem Plants vs. Zombies Garden Warfare Video. Ja, es ist ein News Video und zwar geht es heute darum, dass heute das neue DLC Legends of the Lawn erschienen ist. Ja, ein kostenloses DLC für alle Plattformen und ja, es ist ein relativ dickes DLC, könnte man so sagen. Und ich werde jetzt mal kurz durch die Inhalte düsen und ja, im Prinzip gibt es einen neuen Spielmodus, der auf den Namen Taco Bandits hört und im Prinzip ist es sowas wie Capture the Flag, könnte man sagen. Und zwar gibt es einen Taco auf der Map, den die Pflanzen versuchen müssen zu beschützen und die Zombies müssen diesen versuchen in so ein Zomboss Raumschiff zu erobern. Und ja, wenn sie dreimal das geschafft haben, dann haben sie die Runde gewonnen. Und ja, eine relativ interessante neue Variante. Und was ich komisch finde, ist, dass die Zombies immer nur die Angreifer sind und die Plants immer die Verteidiger. Das ist ja eigentlich jetzt immer so bis jetzt gewesen, dass die Pflanzen verteidigen müssen. Das hätte man eigentlich mal tauschen können oder so. Hätte man sich eigentlich mal was einfallen lassen können. Aber trotzdem ist es ein netter Modus und ja, natürlich gibt es auch noch viel mehr. Unter anderem gibt es um die 200 neue Anpassungsmöglichkeiten, die man mit den neuen Boostern freischalten kann. Und ja, aber das Wichtige ist, es gibt neue Charaktervarianten. Zum einen gibt es den Zenturion, das ist der Zombiesoldat. Dann gibt es den Sanitation Expert, das ist der neue Ingenieur. Den Paläontologen, das ist der neue Wissenschaftler. Der Golfstar, der, ja, Golfstar, Allstar, könnte man drauf kommen. Und natürlich bekommen die Pflanzen auch etwas Neues. Und zwar bekommen sie zum einen die Alienflower. Und ja, das wird die neue Sonnenblume sein. Dann Jump Thing, der neue Schnapper und der Jade Kaktus. Ja, der neue Kaktus. Und ich habe gelesen, dass auch auf der Playstation der Plasma-P-Shooter sein soll. Ob da jetzt nur auf der Playstation sein wird, so als kleines exklusives Feature, das weiß ich jetzt nicht genau. Konne ich mir jetzt noch nicht so richtig rauslesen. Aber ich denke mal, er wird dann spätestens irgendwann, wenn er jetzt noch nicht mit drin ist, dann irgendwann mit dabei sein. Und ja, das wäre es eigentlich schon mit gewesen. Anpassungsmöglichkeiten. Und natürlich gibt es auch wieder neue KI-Zombies und neue Koop-Spezialwellen. Und natürlich auch wieder neue Zombie-Varianten und Pflanzen-Varianten. Also die, die ihr so immer während des Kampfes so rufen könnt. Und ist auf jeden Fall ein großes DLC. Und vielleicht lockt mich das auch mal wieder eine Runde zu spielen. Habe jetzt eine Weile Plans vs. Zombies mal stehen lassen, sozusagen. Aber irgendwie habe ich jetzt doch mal wieder Lust, ein bisschen Plans vs. Zombies zu daddeln. Ja, das wären eigentlich alle großen Informationen zu dem neuen DLC, Legends of the Lawn. Ja, im Hintergrund seht ihr ja das schöne Bild, richtig geil. Und ja, das wäre es von diesem Video gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da und abonniert für neue News. Ciao. Ciao.